Ich will ein Abenteuer sehen, auf Abenteuerreise gehen. Das schärfste Abenteuer ist der große Steinübergang, na klar. Das ist ein Weg, den ich nicht mag. Das dauert mindestens einen Tag. Dass du weit weg mein Mami sag, ist gar nicht wahr. Los mir nach, ich bring euch hin, dann sind wir da im Handumdrehen. Wir können's nur sehen, wenn wir hingehen. Auf Abenteuerreise gehen ist schön, doch eins müsst ihr verstehen. Am schönsten ist es, wenn wir alle gehen. Du möchtest gern, dass wir mit dir hingehen. Eine Abenteuerreise ist schön.